Warum ich bei der Premiere von Chantal im Märchenland dabei war? Alles begann damit, dass ich einen Tag lang miterleben durfte, wie eine Filmproduktion abläuft. Ich kann nicht in Worte fassen, welch riesiger Aufwand hinter einer Filmproduktion steckt. Aber dazu später mehr. Auf der Filmpremiere waren natürlich auch alle Schauspieler anwesend und es war so schön voll. Ich konnte es kaum erwarten, den Film endlich zu sehen. Während wir darauf warteten, dass der Film beginnt, gab es mehrere Fotostationen, an denen man sich austoben konnte. Ach ja, übrigens, mögt ihr lieber salziges oder süßes Popcorn? Juhu, und endlich ging der Film los. Na, freust du dich schon auf den Film? Ab Donnerstag, dem 28. März, läuft der Film in den Kinos.